Hallo Leute, liebe Zuschauer, wir haben den Wohne-Monat Mai und aus diesem Grund wollte euch mal zeigen meine Giveaways, die auch natürlich für den kommenden Muttertag gut passen könnten. Mit diesen Giveaways möchte ich meine Kunden, Privatpersonen, sowohl Privatpersonen als auch Firmen, Vereine inspirieren für neue Aktionen. Es müssen natürlich nicht immer so größere Sachen sein, die dann auch die Firmen selber als Giveaways abgeben an ihre Kunden. Es können natürlich auch kleine Sachen sein, wie hier zum Beispiel ein Ahornblatt für Kinderhospizvereine in Olpe. Die Mitarbeiter haben die von mir gesägten 3000 Stück zu Pins verarbeitet und selber als Giveaway gestaltet. In der Hinsicht freue ich mich natürlich über jeden größeren Auftrag und den ich dann an meinen Segen hier säge. Das sind Dekopiersägen. Ja und in der Hinsicht freue ich mich, wenn ich dann an meinen Dekopiersägen auch mal größere Stückzahlen so als kleine Herausforderung sägen darf. Könnt ihr anschließend auch sehen, wie ich diese kleinen gesägt habe. Also viel Spass beim Zuschauen. Daumen hoch, Daumen runter, egal wie, schreibt was dazu und freue mich, wenn euch meine Videos gefallen und ihr meinen Kanal abonniert. In der Hinsicht seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. Und wie gesagt, Muttertag nicht vergessen. Ciao. Und wie gesagt, Muttertag nicht vergessen. Und wie gesagt, Muttertag nicht vergessen. пов Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.